Ja, nicht wundern die Pixel, das ist auf einer komischen Plattform hochgeladen. Ähm, das ist in der Gilde passiert. Und zwar, es ist ein Mage, es ist eine kleine Story, ja. Ist ein kleiner Dude, ist ein Rogue, der hier ein bisschen farmt. Haut hier seine Mobs weg. Ganz normal. Und jetzt ist kein Respawn da. Ja, erwartet einfach ein Respawn. Ganz normal. Kennt man. Kein Respawn, kein Respawn. Der Mage, der ist irgendwie auch weg, den er gerade noch gesehen hat. Er läuft weiter. Ja, es passiert nichts. Auf einmal dead. Schaut. Hier steht, er ist gestorben. Russia is down. Russia is down. Ihr seht es nicht wirklich wegen den Legs, wegen dem Pixely. Im Chat steht es auch. Alle in der Gilde schreiben F. Rip, rip, F. Alle schreiben F. Und er schreibt, hä, was ist denn los? Ich bin doch gar nicht gestorben. Hä, was soll das denn sein? Was meint ihr denn bitte damit? Hat er geschrieben. Und dann sagt er, Traumestuding. Und schaut, hä, was kann ich jetzt machen? Macht er den Kram auf. Charakter Anstag und versucht irgendwas zu retten. Geht wieder rein. Er lebt. Alles cool. Er ist am Leben. Und er ist down. Und man weiß nicht, wo es herkommt. Es wäre nichts gewesen. Ja, ihr könnt es doch mal anschauen. Er ist hier rumgerannt. Er hat nur auf Respawn gewartet. Ganz normal. Auf einmal steht in der Dings, dass er tot ist. Obwohl er noch nicht tot ist. Er kann sich noch bewegen. Er lockt sich ein und ist nett. Das muss ja übelst ätzend sein, oder? Holy moly. Weil es gibt ja nichts, was einfach down. Also, keine Ahnung. Woran das alles liegt immer. Aktivierung. Spirituality.